Ich bin eine Gummizelle, bin ich echt so krank? Ein Kreuz, ein Kreuz, nein es ist nicht ein Kreuz, das sind mehrere Kreuze, was ist hier los? So Leute, so sieht eine Gummizelle aus, wisst ihr jetzt Bescheid? So, hier wieder zum Durchlesen, einfach Pause drücken, äh, 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 Scheiße. Gibt es noch irgendwas? Dokumentation? Ne, ich auch. Ne. Ach. Alter! Ist das dein Große? Ne, das ist mein Lieber. Geht noch ein bisschen nach hinten. Geht nicht. Geht jetzt raus? Hä? Geht jetzt raus? Wann machst du, oder ist das überhaupt noch unnötig? Irgendwas ist da. Schritte rechts. Guck nochmal nach unten. Ach so. Ich glaub der da wollte ich nicht töten, weil ich es dann gar nicht. Du musst da weg, der ist böse. Hallo. Und dann so. War das zu hässlich. Wann was? Ne. Auf der Arme. Da tut mir irgendwie ein bisschen leid. Das ist so ein Psycho. Nein. Der sieht ein bisschen ekelig aus. Wer ist das? Ich weiß. Ah. Ich glaub das ist aus diesem Horrorfilm. Ich hab mal so einen Horrorfilm geguckt, so ein Psycho-film. Da waren auch so Zwillinge. Auch in unserer Psychiatrie. Die haben ja nix ein. Die sind böse, oder? Ja. Sensiert. Die möchten deine Zunge und deine Leber. Na du. Macht der da unten was? Was hat der denn gemacht? Was? Ja. Ja. Das waren vorhin diese Geräusche. Ey, sowas bin ich am Psychiatrin richtig schlimm. Sie sehen aus, das helfen sie ein. Geh mal weiter runter. Ne, ne. Wenn das einer sagt dann. Alter. Ja. Ich wusste, dass der zinkommt. Alter. Ja. Machst du auch was? Ja, da kommt einer auf dich zu. Ah nee, der hat sein Kopf da oben. Oh man, die Leute tun mal richtig geil. Ja. Ja. Jungs, du tut es mir leid. Ja. Ist ja nicht gerade einer reingerannt. Ja, dann wieder raus. Ach mann. Was musst du da jetzt machen? Sowas sind nicht richtig schlimm, ne? Das ist echt richtig schlimm. Geh doch mal weg. Nein, nein, nein. Dann sehen die alles so komisch aus. Ähm, weiß ich nicht, dass wir auch einen Landstall halten. Oh ja, komm. Ja, der wird stimmen. Geh mal hinter die Treppe. Da irgendwas ist. Batterie? Ne. Scheiße, ich brauch Batterien. Wenn der Psychiatrie doch nicht, wenn die so krass sind, irgendwie durchschlafen. Da arbeitet ja keiner mehr. Die wurden alle umgebracht. Hä? Die wurden alle umgebracht, die Leute, die da arbeiten. Warum sind die da nicht umgebracht? Okay. Weiß ich nicht, das war irgendeine Kreatur. Hast du ja grad an diesem Video da gesehen. Wisst ihr was, ne? Das sieht man gar nicht. Das hat man ja grad an diesem Video gesehen, da waren ja irgendwelche... Mach mal an, bevor hinter irgendwas in der Ecke ist. Da ist nix. Ähm, da wo irgendwelche... Geister, sag ich jetzt mal, diese ganzen Militärleute angegriffen haben. Wieso? Wahrscheinlich. Was jetzt? Oh, wie kommt man hier raus? Mach, versuch mal die eine Tür aufzumachen, wenn du rauskommst. Oh! Hallo! Geh weg von mir, deshalb kriegst du dich. Hoi! Hoi! Wie geht denn hier auf? Hier guckst du? Guckst du? Ah, tut mir richtig leid, der Typ da unten. Das sind bestimmt Serien, oder? Hä, wie kommt man denn hier raus? Kannst du springen? Ja, kann ich auch. Ja. Ich muss da irgendwen kommen, glaube ich. Alter. Ähm. Guck mal, die haben alle so eine Naht direkt... Ja. Und die Mund ist einfach... Komisch. Komm ich jetzt da oben her? Alter, die stehen ja immer da. Alter, die stehen ja immer da. Hä? Alter, hier ist der schon wieder. Scheiße, mal der Bratis, fast der. Hier ist der schon wieder. Hier geht's rein. Mach Licht um. Komm mal nach oben. Batterie? Nein. Ach Mann. Ich brauche ne Batterie. Vielleicht kann man oben rum irgendwo raus. Vielleicht kann man oben rum irgendwo raus. Was? Voll kacke. Was? Ja, bitte, wie ist das hier? Wahrscheinlich ist das echte Menschen. Warte mal, guck mal da lieber auf diesem Boden. Aber... Hier komm ich ja nicht her, aber warum mach mal? Hier war nix. Geh mal raus und schließ mal hier die Tür. Geht nicht. Wie geht die da eigentlich auf? In den Wänden stehen so Sachen. Ach, hier ist ja der... Der da drin. Wie kann ich schließen? Hä? Stell die nochmal kurz an. Okay, kann ich das wieder weg tun. Oh. Der Priester Fertig weiß wirklich. Hä? Ruhe in Frieden. Was für so? Da steht irgendwo an der Wand. Was? Irgendwo an der Wand steht Ruhe in Frieden. Ja, das war bei mir. Glaublich. Nee, Rest in Peace. Ja, doch. Wo war ich denn? Ist ja ein enges Spiel eigentlich. Und ich glaube ich muss mal die Helligkeit messen. Da bräuchte ich ja echt zu viele gute Regen. Mal so... Sehe ich aber was. Guck mal, ist wie heller. Toll. Jetzt hab ich auch so gewechselt. Hä? Geh nach vorne unten. Warte, geh mal. Nach links. Den? Nein, nicht da hinten. Halt schon. Halt schon. Halt schon. Glücklich, das ist in Lüftung, schon. Das ist nur jetzt aber. Guck. Guck hin. Jetzt sind wir im Knast. Was war das denn? Es kommt eigentlich. Ich habe noch eine Batterie. Das ist interessant. Ich habe noch eine Batterie. Oh, jetzt bin ich doch bei den Koran. Oh, das ist gefeiert. Oh ja, das ist einfach. Was willst du, Alter? Ja. Ja. Es ist besser, wenn die Menschen sterben würden, als wenn sie so leiden. Ah. Wenn sie echt so leiden. Wenn die Tutsen machen, das glaube ich sicher auch. Ja. Okay. Hey. Hey. Ruf mich und dann komm ich. Nenn sein direkt. Ich glaube, das ist doch einer, der sich umwunden will. Genau. Hey. 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 als wenn wir ganz viel überdringen liegen. Weil wir den Blutspuren haben. Hä? Was ist denn da? Das ist ein Glas. Da wirst du, glaub ich, außergewöhnlich gesetzt. Hoffentlich. Das ist auch irgendwie... um zu gucken ob mein psychisch krank ist. Hier kommt doch gleich ganz sicher raus. Die Stimme macht mir Angst. Alter. Durch den Abfluss. Da muss man raus. Warte. Dokument. Ja. Ne, falsch. Die hier. Kommt nichts. Warte, der tut mir auch richtig leid, ey. Die Blutsprung gehen ja hier hin. Das wär komisch. Die zweiten Parola. Ja. Warte um mich her. Hier sieht schon wieder aus, ob wir gleich um was kommt. Warte. Wo ist die Tür überhaupt? Hey, die Batterie. Da kommt man auch wieder näher rein. Hey. They weren't experiments. They were Rituals. A conjuring. Der sieht aber eigentlich ganz normal aus. Mhm. Aber der sieht dann anders anders aus. Hier kommt was. Auf jeden Fall. Ja, weil da Spenden sind. Ja. Ja. Dann... Ich weiß, dass er mich immer zum Essen ruft, ne? Machen wir mal ne kleine Aufnahepause. In.